Er schickt gerade die Bomben. Nein. Bombs? Kalola-Salz? LP? Bom? Hier. Und willkommen zu... Also willkommen zu Folge 63 von Hashtag Frati Bomben. Für die, die nicht wissen, was Hashtag Frati Bomben ist, in Hashtag Frati Bomben werde ich eure Fragen beantworten. Mal ernst, mal weniger ernst. Unter dem Hashtag Frati Bomben. Oder Hashtag LP Bomben. Je nachdem, was euch lieber ist. Erst einmal, ich habe das Hyper der Menschen im Turnier Let's Play jetzt komplett aufgenommen. Genau. Ja, da habe ich meine Urlaubszeit auf jeden Fall ziemlich gut genutzt. Ich habe wirklich die letzten Tage 7-8 Stunden am Stück aufgenommen. Und ja, da sind eine Menge Parts rausgekommen. Jetzt habe ich mehr als 10 Parts in Reserve. Dementsprechend, ja, ich gehe mal davon aus, in alle spätestens zwei Wochen ist das Let's Play dann auch schon beendet. Das Hyper der Menschen im Turnier Let's Play. Das wird ja auch von dem Leid erlöst. Und das Crash Team Racing Night Shift World Let's Play, da gehe ich mal davon aus, dass das nächste Woche Montag auch schon ein Ding fortgeführt wird. Und wahrscheinlich auch vor Hyper der Menschen im Turnier fertig wird. Und ja, sobald dann die beiden noch offenen Let's Plays dann endlich fertig sind, ja, beginnt endlich dann das Weltraum-Shooter-Let's Play. Wird ja auch langsam Zeit, ne? Und ja, und ansonsten, mein Urlaub ist leider auch schon wieder vorbei. I cry every time. Aber naja, irgendwann müssen ja auch alle guten Dinge an Ende nehmen, ne? Und ach ja, ich weiß nicht, wieso ich das erst jetzt anspreche, aber... Das Chukla-Musik-Video hat inzwischen schon über 300 Aufrufe. Nicht schlecht, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Aber ja, das war's auch schon, was diese Woche passiert ist. Nichts Besonderes. Also dann, dann schauen wir uns doch mal an, was meine bombastischen Abonnenten für Fragen gestellt haben. Was hat denn deine Freunde Familie davon, dass du YouTube machst? Also meine Familie ist nicht dagegen, aber sie tun es auch nicht wirklich unterstützen. Also, ja, die sind eher neutral, gestimmt. Und meine Freunde... Ja gut, zwei meiner Boys machen ja auch selber YouTube. Battle on Suishido. Wobei natürlich beide inaktiver sind als San Diego. Muss man auch mal schaffen, ne? Aber ja. Die beiden Boys sind allgemein meine Freunde, die haben nichts dagegen, dass ich YouTube mache. Die tun mich unterstützen. Egal ob Kommentare oder sogar selbst ein Video mit dabei, die sind auf jeden Fall immer mit am Start. Hast du ACTV-Sendungen wie Dschungelcamp, From a Big Brother, ETZ schon mal geguckt? Oder guckst du es sogar aktiv? ETZ? Das heißt doch ETC. Gute Deutsch. Gute Deutsch. Aber ja, ob ich schon mal ACTV-Sendungen angeschaut habe. Ja, einmal zufällig beim Kanäle durchschalten. Vor gefühlt 20 Jahren. Ich schaue sehr inaktiv Fernsehen an. Ja, da habe ich es mal ganz kurz angeschaut und... Ja, hat mich nicht angesprochen. Ne, ist nicht mein Stil. Da schaue ich lieber Netflix an. So, die nächste Frage. Ich weiß mal wieder nicht, was bei YouTube schiefgelaufen ist, aber die wird bei den YouTube-Kommentaren auch nicht angezeigt. Nur in den Benachrichtigungen. Beziehungsweise in der YouTube-Studio-App. Und zwar von Moni. Dein Lieblingsgame? Boah. Ja, gute Frage. Ich habe jetzt nicht das eine Lieblingsgame. Es gibt sehr viele Spiele, die mir gefallen, aber ich könnte mich wahrscheinlich nicht wirklich zwischen denen entscheiden. Die sind ja alle richtig gut. Unter anderem ja auch die Weltraum-Shooter-Serie. Wie viel Uhr ist es gerade? Hm, gute Frage. Muss ich ja mal nachfragen. Ey, Walla. Wie viel Uhr ist es? Ey, bist du sicher, Alter? Musst du doch wissen. Oder weißt du was? Ich spart mal kurz nach. Ey, yo. Wie viel Uhr ist es gerade? Ich weiß nicht, dass wir das schon ein bisschen wissen. Weißt du was? Ich spart mal kurz für dich nach. Ey, Boy. Wie viel Uhr ist es gerade? Gute Frage. Weißt du was? Ich spart mal kurz nach. Yo, yo, yo. Wie viel Uhr ist es gerade? Aha. 7,69. Alles klar. Danke dafür. Ich guckla. Es ist 7,69. Alles klar. Gut zu wissen. Es ist 7,69. Alles klar. Gut zu wissen. Es ist 7,69. Alles klar. Okay. Hey, Moment mal. 7,69? Ich weiß nicht. Ei, 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 ei. So, ich weiß nicht. Ihr wisst schon, dass ihr euch auch so gesehen auch selber verarscht habt. Eigentlich schon, ne? Verdammte Angst, er hat recht. El Pivot wins. Logicality. Ja, Schuklam. So, das war's mit all den Fragen. Und falls eure Fragen nicht beantwortet wurden, kann ich so gestrieren wir noch nächste Woche. Lass übrigens ein Like da, falls euch das Video gefallen hat. Und falls es einer der ersten Herausforderungen wollte, wann ich etwas bombastisches Uploade, dann abonniere den Kanal. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und falls es euch interessiert, mein Instagram-O-Sage-Name steht unten in der Videobeschreibung. Also, das war's mit dem Video. Bis dahin! Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.